Let's Play Terraria Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria Moment kurz was zuech rücken, soo Ja, geht mal weiter nachdem ich kleine Pause gemacht habe Gab ja gestern keine Folge und heute, ja, kommt sie ein bisschen verspätet beziehungsweise wahrscheinlich eher morgen früh je nachdem wie schnell der Upload geht Ja, heute wollte ich ja hier das ein bisschen dicker machen weil, ne, Verhältnisse und so So, Timer ist gestartet Wollen wir uns mal ein bisschen gucken, was wir haben Erde holen, so Wollen wir uns mal ein bisschen Erde holen, wollte ich sagen Ja Äh Blup Ich fahre aus der Steuerung raus irgendwie So Äh Äh Auch wenn es eigentlich egal ist So, passt Jut Ja Ja, heute ist Freitag, der 8. August Das, was ihr jetzt seht, werde ich direkt hochladen und gar nicht erst planen für morgen Und ja Morgen ist Mal wieder Rollenspielabend Allerdings Allerdings Nicht Nur Quatsch und Harpienkille Fangen wir einfach mal an zu bauen Äh Habe ich irgendwelches Werkzeug dabei? Nö, macht aber auch jetzt erstmal nix Oder? Ja Ja, erstmal fang ich an so Ist jetzt mal hier So, bla Egal Äh Ja Den haben wir Ach, die Angel werden wir nicht brauchen erstmal So, ja, ich will erstmal das dicker machen Das kann ruhig so bleiben Das kann ruhig so bleiben Ja Ja Die Fitze will ich nicht Ja So Kann ein bisschen dauern Aber mach ich erstmal vielleicht den Grundriss Und dann Meinen Rest kann ich dann mit dem Extendorgrip machen Aber das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus Von der Decke her Kann fast so bleiben Dann machen wir es wirklich mit dem Extendorgrip Vier dicker So bummelig Oder Fünf Keine Ahnung Vier Ja, passt schon So Ich möchte da keine Viecher haben, die nachher im Weg stehen Deswegen dachte ich mir kill ich mal spontan das Eichhörnchen hier Wack So So Einfach noch ein bisschen setzen Die ist schon klasse für mich Gerade die Tiere auf dem Weg gehst Dann können wir ja gleich mal was ganz spezielles rausnehmen Spezielles Genau So So Ihn Mal wieder Den kleinen Wirbelwind Und So 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 Das Ergebnis dieser Aufnahme Session werde ich wahrscheinlich wieder zum Download anbieten Mal gucken Mal gucken Mal gucken Wie es denn mit der Zeit aussieht So Ich kann es auch ruhig mal treffen Kleiner Demnach ist ja Gehuffiger Sprung letztendlich Gehuffiger Sprung letztendlich Gleich mal sammeln Gleich mal sammeln Ich mag ihn abhauen Äh Blood Moon Ja Ist mir egal gerade Naja Gut Die 70.000 Monster Aber Ja Super Giant Harvey Fizer Warum nicht Ja Schön So Weiter geht's weiter geht's Aber Zu viele Monster hier Ähm Weiter geht's Mach ich mal von unten Ist ja leicht zu Ende hier Kann das in Ruhe zubauen Oh dass da irgendwas reinfällt Was wir wahrscheinlich nicht aussammeln können Weil und so Ja Woher dann wieder Aufsammeln die ganzen Fragen Naja Oho So Das haben wir auf weiter da unten Habe ich wieder die Russie Habe ich wieder die Russie Ah ja Genau Dass ich nicht heilen kann Ja Woher kommt wohl die Heilung Die komische Viele So Mhm Mhm Ja Ich bin hier wahrscheinlich gleich mehr am Fahren Als Aber Jo Erstmal weiter So So Das Ja 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 Ist 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 Ein Zombiearm Davon haben wir glaube ich auch nur einen Hier brauchen wir auch keinen zweiten Ah ja Ja Ich fahr mal wieder rechts an Mit dem zombiearm Zubauen Zubauen Und eigentlich mal ein einzelnen Nicht mal gar keine Banner aber nicht mal einen einzelnen Wither Banner Ach ja Ach ja ich wollte ja den extender getrunen Ach ja ich wollte ja den extender getrunen Wo ist er da Wo ist er da Und da Ja Kannst klopfen wie du hier witz kommst eh nicht rein weil durch den Knopf blockiert Ist da wieder die Tür auf keine ahnung Ist da wieder die Tür auf keine ahnung Ich will nicht wieder das Schild wegpacken dass wir beim bauen jedes mal rumgeschützt werden und uns dann verbauen Machen wir es mal so genau Das geht doch auch Machen wir es mal so genau Machen wir es mal so genau Machen wir es mal so genau So So Mh Weiter gehts Nächste Wurland Ja ja Mal gucken ob wir es doch weiter schaffen Sooo Ja die Hinderung läuft zumindest ein bisschen durch das rhythmische Gehe Schieße von dem Vieh aber ja gut Können wir eigentlich ja gut verpicken wegschmeißen Ich habe keine Ahnung warum ich immer noch einsammle Ich habe keine Ahnung warum ich immer noch einsammle Ich habe keine Ahnung warum ich immer noch einsammle Wald ist aber auch die Nacht zu Ende Ich habe keine Ahnung Ja, noch geht das von der Gesundheit. Schau erstmal weiter. Jetzt gehen wir nach rechts um alles schön einzusammeln. Ja, das Sound ist jetzt egal. Und vielleicht dabei noch ein paar Hälfte erwischen, wollte ich sagen. Aber gut. Irgendwie erwischen wir eher aus Maul von Monstern. Na gut, okay, jetzt wird voll. So, weiter. Nö. Mö. Mö. Oh ja. Ehe. 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 Fusize Shackler, die Shackler können auch alle wegschmeißen. Wie viel Platz haben wir ja genug. Ein Withern-Banner wäre echt mal schön, ein bisschen mehr zum Dekorieren zu haben. Ein bisschen mehr Auswahl meine ich. Die sehen glaube ich gar nicht mal so schlecht aus. Hm, Paula, ne war nicht. Ich dachte, da wäre noch so ein Wissern-Hinterlassen-Schaf. Soul of Light. So. Und es ist Tag geworden. Und es ist keine Sonnenfinstern jetzt alle hinten. Am Anschluss, am hinten, äh im Anschluss. So. Oh, ein Würmchen. Den will ich mitnehmen, deswegen mache ich es gerade. Genau. Weil, ne, Angel und Gut. Äh, was ist das denn? Ach, hier sind alles Blümchen. Baue ich erstmal unten dicht. Da haben wir noch wieder irgendwelche Blümchen da. Marigold und Wotnich, Wotnich, oder? Genau. Genau. Dazwischen. Forscht. Forscht. Fakt. Was weiß ich. Keine Ahnung. Punkt. Ah, jetzt habe ich das Wort. Maschung, ja genau. So. Ja, ein bisschen bleibt jetzt auf der Strecke, aber gut. Scheiß drauf. Wenigstens ist es mal ein bisschen ruhiger. So, das dauert natürlich jetzt ein bisschen länger, bis das alles nachgewachsen ist. Okay. Achso, die Pilze sind das. Maschungen, Geld dazwischen. Whatever. Dummdi dummdi dumm. So. Oh, das ist durchgewachsen praktisch. Die Fächer nehme ich mit. Kommand. Ja, um, und.